Seit Jahren habt ihr vermutet, dass es das Institut noch gibt. Dass wir unter euch sind, das stimmt. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Wir sind hier und wir sind... Die Zukunft. Unsere überlegene Technologie steht für die Zukunft des Commonwealth. Heute aktivieren wir unseren Atomreaktor. Um auch dann noch zu bestehen, wenn die Welt an der Oberfläche nicht mehr existiert. Um der Menschheit eine Zukunft zu geben. Wir möchten uns nicht einmischen in unwichtige Details eurer... Persönlichen Freiheit. Wir wollen nur, dass ihr euch nicht in die Aufgaben des Instituts einmischt. Zur Folge hätte das... Unnötige Schwierigkeiten für uns alle. Seid beruhigt. Denn die Zukunft... ...liegt unter euch. Und die Menschheit wird unter uns aufblühen. Tja, das war... ...interessant. So hatten wir es uns nicht gedacht. Aber die Aussage dürfte bestimmt rüberkommen. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass jeder es hört. Hältest du Lust auf einen kleinen Ausflug nach Diamond City? Ich könnte frische Luft vertragen. Charmant gesagt. Aber die Luft dort wird alles andere als frisch sein. Den Radiosender in Diamond City hören viele im Commonwealth. Wenn die Leute hören sollen, was wir zu sagen haben, können wir sie so am besten erreichen. Bevor wir die Sendung übernehmen, müssen wir für eine maximale Übertragungsreichweite sorgen. Mir wurde versichert, dass die nötigen Teile vor Ort sind. Du musst sie nur installieren, um die Sendestärke zu erhöhen. Melde dich, wenn du fertig bist. Bis dahin müssten wir bereit sein. Bis dahin. ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020